Ich habe jetzt schon ein bisschen was gemacht, dass wir jetzt unsere neue Survival-Welt, es kommt, es ist sozusagen eine Survival-Welt, wo welche dazukommen, wo, schön scharf, gleich schlachten. Ja, das ist sozusagen jetzt so eine Survival-Welt, wo wir dann noch welche Leute hinzufügen können und wir bauen dann auch noch ihr Haus. Es wird sozusagen ein Let's Play mit, sagen wir mal, über 100 Parts, wenn es euch gefällt, also. Loll, mit einem Schlag. Ein Gott! Alter, hier ist sogar ein Bildschirm wackelt. Alter. Eisen. Hallo? Böse Monster, seid ihr hier? Entschuldigung, falls ihr halt was im Hintergrund hört oder so. Böse Monster, seid ihr bitte nicht hier? Okay. Gut. Ich habe mir für diese Folge hier auch so ein Thema ausgesucht. Und zwar halt das Thema beim Bus. Ich weiß gar nicht, ob ihr behindert war. Zum Beispiel ungefähr vor einer Woche. Ihr kennt das vielleicht, Fahrzeug mit Bus. Das ist ja immer so manchmal, also fast immer sehr, sehr voll. Und ihr habt halt sehr viel Gepäck und wollt euch halt dann hinsetzen. Und es ist noch ein Platz frei und das ist ein Kind. Das heißt, ihr auf den anderen Platz und den anderen für seine Schultasche halt. Da habe ich mich gefragt, ob ich mich halt hinsetzen darf. Und er so, nö, reserviert. Sorry, reserviert. Und ich dann so nochmal, darf ich mich später da hinsetzen? Es kommt keiner mehr. Und er dann wieder, nö, reserviert. Ich schwöre, ich wäre fast ausgerostet. Wenn ein Älterer schon fragt, darf ich mich bitte hinsetzen mit schweren Gepäck und Bier. Und dass er schon sieht, dass ich mir zum Beispiel schwer tue. Gut, das Deutsch meinten schwer. Es ist schwer. Gut. Dann lasst mir nicht auch gefälligst drehen. Ja, es ist halt dann ein bisschen schwer für Dings oder so. Aber, ja, es ist höflich halt. Und nicht einfach so, hm, nee, reserviert. Sorry. Ganz stehen. Die restlichen 20 Stationen. Okay. Die Welt ist anscheinend sehr winterlich. Warte, Gott, ich brauche jetzt mein besseres Kind. Bäm. Okay. Die Insel gefällt mir ja schon mal sehr gut. Richtig schön so. Dann holen wir uns jetzt mal Holz. Und verspeisen eine Karotte. Wird auch schon ein bisschen rennen können. Gut. Dann machen wir... Schnick! Und wir haben das hier. Ah ja, ich habe ja schon ein bisschen was in Mütter. Ich hoffe, ihr könnt das bitte sehen. Bitte. Könnt ihr das sehen, oder? Endlich. Siehst du? Manchmal tue ich meine Videos so machen, dass ihr es auch sehen könnt. Und nicht, dass es nur überall weiß ist. Also ja, wie schon gesagt, ich mache eine Welt. Bau da etwas gemeinen. Ich mache vielleicht noch was Offscreen und zeige es euch. Und dann lade ich da noch welche ein. Oh nein, ist das jetzt ein Baum? Tatsächlich. Okay. Gut. Jetzt haben wir da schon mal. Wir haben Kürbisse. Wir können noch Kürbislaternen machen. Gut. Ähm... Wir haben sogar noch Melonensamen. Aber das Wasser ist immer noch gefroren. Trotzdem. Bam, bam. Klug mal neu. Gut. Ich habe Äpfel noch zum Essen. Das ist sehr gut. Alles in der Bonustour. Ah, ich fühle mich ausgerupt. Manuel kann bestellendisch. Äh. Was ist mit mir? Wieso kann ich so schlecht Deutsch? Deutsch. Gut. Schön merken. Und Karte morgen behalten. Ah. Genau hier sogar. Oh, ein Dschungelbium. Okay. Ich wollte eigentlich jetzt noch auf dem Weg nach Stein. Vielleicht auch noch ein bisschen Kohle. Ich und der Niki sind schon so ein bisschen lang. Es ist noch nicht fertig. Ähm, wir wollten noch eine neue Serie starten. Manche wissen es, die mir aktiv zuschauen. Und zwar Minecraft Stadt. Also Stadt, Stadt, Stadt. Und zwar. Wer weiß es, was dieses Let's Play Bob ist. In dieser Welt, wo wir gerade sind. Genau. Das ist meine sozusagen. Okay, gut. Ähm, ich habe jetzt dabei schon... Das ist dabei mein erstes Let's Play. Ich habe das Saga noch nicht. Ich möchte noch so eine Saga draus machen. So, die Yoloman-Saga. Gut. Okay, packe ich jetzt noch ein bisschen Holz ran. Mach da jetzt noch ein bisschen was. Bam. Gut. Gut, dann machen wir noch. Bam. Zack und zack. Zack und zack. Gut. So ein kleiner Anfang. Haben wir jetzt. Du kannst aber noch ein bisschen beraten. Sorry, falls die Qualität ein bisschen dunkles ist. Ich habe nicht wenig. Dings Speicher. Gut. Geh mal dorthin. Mit einer Steinspieße. Saga. Ja, sieht frisch aus. Alter. War das gerade dumm. So, dankeschön. Döp. Und. Döp. Döp. So. Können wir uns da mal die da reingeben. Und das da reingeben. Und das da reingeben. Wir haben Pflastersteine. Da habe ich sie in den Kissen geliebt. Wir können damit so machen. Und das dann so. So. Damit es auch mal abwechselnd geht. So ist. Wir haben kein Bett. Es ist hier derweil das sicherste. Ja. Es wird dunkel. ein Bunker. Schnell. Gut. Okay. Hier ist ein kleiner Bunker gebaut. Ich bin mega gespannt. Okay. Hier Milons haben. Oh, ich mag euch auch. Jo. Könntest du sehen überhaupt? Die Kiste können die sehen. Nein. Das wurde auf einmal wieder. Das ist nur wenn es Tages können die das sehen. Dann ist auch hier noch ein Monster. Hallo. Creeper. Monster. Anybody home? M. M. gut haben wir es auch schon mal geschafft gut haben wir schon so eine kleine Treppe halt noch nicht so safe das sind schon 11 Minuten es werden immer von diesem Let's Play also minecraft es wird zum jeden Donnerstag Samstag und Montag und wenn ich nicht dazu komme ein großes großes Entschuldigung weil ich bemühe mich pass auf hey das war nicht nett aber unnette Herren ok dann sag mal das war's für dieses Spiel wir sehen uns im nächsten Part abonniert mich wenn ihr mehr sehen wollt und ja wir sehen uns im nächsten Part ciao hohooo tsch 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 tsch